Hallo, ich bin es, Tom, euer SanDamaTV, SchokoCandyBoy. Das ist eine sehr seltsame Episode, die ich hier gerade aufzeichne, denn wir benötigen eure Hilfe. Schön, weil man ist ja immer bestrebt, den Fan als solches zu integrieren und unsere künstlerischen Fähigkeiten gehen ungefähr tendenziell gegen den Nullpunkt. Das könnte man mit Diskussion beweisen, lassen wir aber. Und ja, worum geht's denn? Und zwar, der ein oder andere hat sich vielleicht sogar schon mal eine Folge SanDamaTV angeguckt und demjenigen sind denn so Intros aufgefallen wie diese hier. Das ist doch ein scheiße Intro, wo bleibt eine Reaction? Es ist das erste Intro, okay? Es ist das erste Intro. Oder dieses. Boah, hier haben wir ganz an die Klamotten an. Ja, das ist ja auch das neue Intro. Die sind alle, wenn man es mal ganz genau betrachtet, total beschissen. Und deshalb dachten wir uns, ja, vielleicht ist ja bei euch einer dabei, der total toll mit Flash oder mit After Effects oder, keine Ahnung, mit anderen Programmen, mit denen man Animationen und Intros erstellt, umgehen kann und möchte uns helfen, zumindestens semi-professionell zu wirken. Man muss es ja nicht sein, das reicht ja, wenn man so wirkt. Das sieht man ja ganz oft auf YouTube. Und das ist die Sache, die wir vielleicht von euch gerne hätten. Und zwar ein cooles, kurzes, maximal 10-sekündliches Intro. Und vielleicht so ein kleines Zeichen, was man hier oben oder hier oben die Ecke immer ballert. So ein dezentes Zeichen. Ja, das war es auch im Grunde schon. Wir hoffen, dass ihr uns helft und schickt uns die Sachen einfach an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse oder den Link, wenn ihr das irgendwo hochgeladen habt bei YouTube, dann können wir uns doch angucken. Die technischen Möglichkeiten sind dort relativ unbegrenzt. Danke für Ihr Verständnis.